Ich freue mich total, dass ich das erste Mal in meinem Leben neben einem Weltstar sitzen darf. Herzlich willkommen, Melanie Warnböck. Es ist das perfekte Geschenk, kann ich Ihnen sagen. Also ich habe das in den letzten Wochen natürlich im Laden von jedem Buch behauptet, das ist auch so. Aber ich kann Ihnen auch jetzt versprechen, die Wälder sind das beste und top Geschenk. Ein Buch, das schier unerträglich spannend ist, tolle Protagonisten hat, eine beeindruckende Sprache und, das habe ich eben schon gesagt, den großartigsten letzten Satz, den ich seit langem gelesen habe. So, Melanie, was bedeutet Wald für dich? Ich musste mal lachen, es gibt ja neuerdings so einen Antizismus dafür, wie uns ein Wald runterbringt, wenn wir gestresst sind. Das nennen die ja jetzt neuerdings Forest Bathing, was ich absurd finde. Es gibt 60 lieferbare Titel zu im Deutschen Europa. Also, danke, Peter, Problem, dass man in das Trendthema einfach mal einsteigen darf. Tagslöslich in den Wald, sehr, sehr schön, nachts, absoluter Horror. So, damit wir direkt wissen, wovon in die Wälder die Rede ist, steigen wir gleich ein. Sie sollten bequem sitzen, es wird jetzt sehr spannend. Die Wälder veränderten die Menschen, die es wagten, sie zu durchqueren. Manche gingen alt und gebeugt hinein und kamen jung und aufrecht wieder heraus. Doch bei den meisten war es genau umgekehrt. Die alte Frau kannte die Sagen. Ist da wer? Ihre Stimme klang fremd. Sie wartete, erhielt keine Antwort. Sagte sich, dass sie sich getäuscht haben musste, dass sie nicht die ganze Nacht hier stehen bleiben konnte. Und da war sie wieder. Die Erscheinung. Wahnsinn. Magst du den Prolog? Ich mag das ganze Buch. Wie fängt man so einen neuen Roman an? Also wie ist Schreibarbeit? Ich wollte eine nächtliche Fahrt durch den Wald schreiben. Alle meine Bücher haben bisher immer in großen Städten gespielt. Und Orte, für die ich mich jetzt interessiert habe, waren einsame Orte und Dörfer. Also um wirklich mal was ganz anderes zu machen, dann eine ganz andere Klangfarbe einzubringen. Jetzt hast du hier zwei Handlungsebene. Ja. Schreibst du die linear durch und fügst die hinterher ineinander zusammen? Ich habe sie tatsächlich so gemacht, dass ich erst sozusagen die Erwachsenenebene, die Hauptebene geschrieben habe. Und als ich damit fertig war, das auch ordentlich aufgeräumt hatte und so, habe ich dann immer mal so ein Kinderkapitel reingesetzt. Und auch ganz viel mit Trial and Error gearbeitet tatsächlich. Also ich habe die nacheinander geschrieben und am Ende dann versucht, alles organisch zusammenzuführen. Als wäre es schon immer so gewesen. Genau. War ein langer, schwieriger Prozess. Ich habe mir oft die Haare geraubt und auch ein paar Mal geheult. Ich habe es gesagt. Ich habe auch geheult. Also nicht, weil es so ein Anstrengender kurz S war. Aber es gab eine Stelle. Ich weine ja immer bei Büchern. Deswegen ist es sehr toll. Oh, das ist wirklich unglaublich. So passionately. Der Traum für Autorinnen. Und ich frage nicht, an welcher Stelle ich gemeint habe. Aber ich habe auch wieder geweint. Du hast in der Emotion mit vielen, vielen anderen Autorinnen und Autoren über Orte erzählt, an denen ihr schreibt, an denen ihr gerne arbeitet. Bei dir war das ein Café. Warum so ein öffentlicher Ort und nicht, wie ich mir das vorstelle, die Schreibstube im elften Beitrag? Ich schreibe gerne zu Hause. Aber wenn man irgendwie wirklich ein paar Monate oder ein Jahr nur den Job hat zu schreiben, dann sieht man ja fast tagsüber niemanden mehr. Man hat ja keine Kolleginnen und Kollegen, die man irgendwie sehen würde. Und deswegen ist es manchmal für mich wichtig, rauszugehen. Ich muss noch eine Zwischenfrage stellen. Ich mag Protagonisten nur, wenn die den passenden Namen haben. Ich will nicht Greti und Pleti treffen im Roman. Und bei dir war es so, dass ich dachte, wow, endlich hat jemand seine Figuren so lieb, dass alle Namen passten. Wie machst du das? Heißen die erst anders und irgendwann im Laufe der Zeit heißt es dann Mina? Ja, das ist mir wahnsinnig wichtig. Das wird ja von Buch zu Buch schwerer. Weißt du, was ich meine? Ja, also irgendwann gehen einem ja die Namen aus. Ja, das ist wie beim Kinderkriegen sozusagen. Anfang ist es ganz einfach. Am Anfang sind es auch immer mehr gelitten. Weil ich auch immer sagen, Kind Nummer 5 oder so. Genau, ich finde das sehr, sehr wichtig und ich freue mich immer, wenn Menschen das irgendwie ähnlich sehen. Ich finde es super gelungen. Also wir lernen jetzt Nina kennen. Und eine Frau aus dem Dorf ihrer Kindheit ruft an und teilt ihr mit, dass ihr bester Freund Teele. Tim gestorben ist. Und nun steigen wir in die Geschichte ein. Bitte, Melanie. Tims allerletzte Nachricht. Seine Stimme zu hören war wie ein Schlag in die Magenhube. Nina, ich bin's. Bitte ruf mich so schnell wie möglich zurück. Es ist wirklich wichtig. Ich bin ins Dorf zurückgekehrt und ich bin hier auf etwas gestoßen. Und sollte mir was passieren, dann wird es dann dir sein zu... Tim unterbrach sich mitten im Satz. Wer oder was inspiriert dich beim Schaden? Natürlich immer eigene Erlebnisse in irgendeiner Form. Natürlich nie eins zu eins. Mein Leben ist nicht an. Ernst, auch wenn ich meine Bücher. Bei diesem Buch gibt es tatsächlich so ein Erlebnis, das so ein bisschen wie eine Initialzündung war. Das ist schon ganz lange her. Es war mitten in der Nacht. Ich war ganz alleine. Und ich fahre da so entlang und plötzlich liegt vor mir ein Reifen auf der Straße. Mitten auf der Straße. Warum liegt der da und was passiert, wenn ich jetzt hier aussteige? Ich habe mich nicht getraut und bin dann ganz, ganz knapp an diesem Reifen vorbeigeeiert, warst diese Böschung runtergefahren und bin weggefahren. Als ich dachte, jetzt mache ich mich nochmal an diesen Staub mit den Wäldern, da poppte diese Situation wieder auf. Und ich weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnern kannst, aber es gibt auch einen Moment, wo Nina überlegt, steige ich jetzt aus und raum diesen Reifen weg. Relativ. Genau. Du hast ein Podcast-Hörspiel gemacht. Magst du dazu was erzählen? Ja, gerne. Der Hörverlag ist der Verlag, der schon seit meinem allerersten Roman immer meine Hörbücher rausbringt. Podcast, damit fangen sie gerade an und sie wollten, dass ich halt sozusagen das Pilotprojekt schreibe. Und irgendwann war das Ding fertig, das heißt der Abgrund. Man kann das nicht kaufen. Es ist gratis, man kann es nur runterladen oder streamen. Überall ist Podcast-Feed. Es ist super gelaufen. Was aber an denen lag, weil die einfach wahnsinnig viel Arbeit investiert haben. Gar nicht so sehr an den Stoff. Es liegt auch am Text, kann ich nicht. Mit einer langjährigen Freundin, Laura Kampf, hast du seit auch knapp einem Jahr einen gemeinsamen Podcast, Rabe und Kampf. Laura Kampf ist... Laura ist ja wieder drüben. Jetzt musst du ja natürlich auch noch sagen, wo man diesen Podcast findet. Überall, wo man Podcasts hören kann, das ist ja alles gratis. Das ist einfach gratis Content, den man streamen oder runterladen kann. Es gibt wahnsinnig viele Apps für... Das heißt, wie wir, Rabe und Kampf haben. Genau. Und jede Woche gibt es ein Oberthema. Letzte Woche war es... Perfektions. Ja, genau. Und das ist sehr witzig, kann ich nur sagen. Also hören Sie da rein. Wir kommen jetzt in der nächsten Passage zu den Kinderteilen, nenne ich das jetzt mal. Und jetzt lernen wir Peter kennen. Ja, Peter ist ungefähr neun. Als Peter eines Spätsommerabends alleine durch die Straßen des Dorfes lief und den großen, dunklen Wagen in der Nähe des Schrottplatzes stehen sah, wusste er daher sofort, dass etwas Schreckliches passieren würde. Der unheimliche Fremde war nirgends zu sehen und Peter beeilte sich, das Mädchen einzuholen. Sie sieht wirklich aus wie ein Geist, dachte er. Was tat dieses verrückte Mädchen da? Die Wälder waren tagsüber schon fürchterlich genug, aber nachts? Dann hörte er ihren Schrei. Einen Schrei wie aus einem Horrorfilm. Lang und schrill und voller Entsetzen. Er ging ihn durch Mark und Bein und endete abrupt. Peter konnte das fürchterliche Gesicht des Mannes erkennen. Dann rannte er. Das wird noch viel Spannung. Kindheit. Kindheit ist ein zentrales Thema in die Wälder. Wenn du an deine Kindheit zurückdenkst, denkst du dann an Wiel oder eher an den kleinen Dorf in Thüringen? Beides. Das ist genau 50-50-geteil, denn ich habe die ersten acht Jahre in dem kleinen Dorf in Thüringen gelebt. 400 Seelendorf. Inzwischen hast du dann Wikipedia-Eintrag, wie ich immer wieder erstaunt sehe. Und dann die restliche Zeit bis 18, 19, auf jeden Fall bis zum Abi war ich hier. Das ist ganz genau 50-50. Ich weiß auch nie, was ich antworten soll, wenn man mich nach meiner Heimat fragt. Beides. Das ist immer Wiel und Greitschen bei Burgel. Damit ist die nächste Frage erledigt. Jetzt ist es noch komplizierter, tatsächlich, weil ich jetzt festgestellt habe, ich habe mittlerweile an keinem Ort länger gewohnt als in Köln, also deutlich länger. Ich habe es, glaube ich, in Köln doppelt so lange gewohnt wie überall sonst. Also ich glaube, wenn man ein paar Mal umgezogen ist in seinem Leben, dann trägt man es irgendwie so mit sich und es hat eher mit Menschen zu tun als nur mit dem Ort. Aber ja, komplizierte Antwort. Hast du ein reales Vorbild beim Schreiben gehabt? Nicht wirklich. Meine erste Idee war, das erste Kapitel soll eine von mir erfundene Sage über diesen Wald sein, in dem dieses kleine Dorf liegt. Der Wald, den ich mir vorstelle, den gibt es in Deutschland nicht. Noch nicht meinen Lindlar. Also der ist wirklich so alt, so tief, so dunkel. Ich stelle mir jetzt eine Fahrt durch den Wald vor. Also wirklich einen ganz tiefen, endlosen Wald. Und ein Dorf, das wirklich fast abgeschnitten ist von der Außenwelt. Und so abgeschieden ist noch nicht mal Kreitschen bei Bögel. Muss man einfach sagen. Natürlich ist es so, wenn ich mich hinsetze und versuche, etwas zu kreieren, wo man dann quasi auch drin rumlaufen kann als Leserin, als Leser, was man irgendwie so ein bisschen vor sich sieht, bin ich natürlich irgendwie auch zurückgeworfen auf die Bilder, die ich selber im Kopf habe. Und wenn ich Dorf denke, poppen Bilder aus Kreitschen drauf. Das lässt sich überhaupt nicht negieren. Und natürlich poppen auch Bilder aus meiner Kindheit auf, aus Wiel, aus anderen Orten, die ich kenne. Und deswegen ist es immer eine Mischung aus meiner Fantasie und Orten, die einfach irgendwo hier in meinem Kopf, ich weiß nicht, wo das Zentrum für Erinnerung ist, irgendwo hier in meinem Kopf drin sind. Das ist eine Mischung. Also ich habe tatsächlich dieses Mal mir vorgenommen, das ist nicht mein Dorf. Und ich will auch nicht, dass es irgendwie erkennbar ist. Aber ich glaube, es ist nicht hundertprozentig gelungen. Das ist mal ein paar Stellen, ne? Oder Mama? Ja. Ich sage mal, als du angefangen hast, das Buch zu lesen, hast du dann nach dem Prolog gedacht, dass ich mit diesem Buch ins Übersinnliche abdriften werde? Nein. Ich hatte nur Angst. Also ich weiß nicht, ob Sie dieses Gefühl kennen, man guckt was Spannendes im Fernsehen. Also bei mir kann das die Sendung mit der Maus sein. Ich bin wirklich sehr ängstlich. Dann sitzt man ja immer so da. Und irgendwann macht man so. Und so ging es mir bei diesem Buch. Ich meine, so kann man einfach nicht weiterlesen, ja? Aber ich saß da und dachte, oh Gott, ich kann es nicht weiterlesen. Und das ist so spannend und so gut, wenn ich beim ersten Kapitel. Und wir hören ja nachher noch die Stelle, wo ich wirklich Angstschweiz am ganzen Körper hatte. Die hören wir nachher auch noch. Nein, ich habe nicht gedacht, dass es ins Übernatürliche, Übersinnliche abdriftet. Für mich nicht. Für mich war das immer greifbar. Nur Angst. Nur Angst. Es gibt sowas, das nennen Autorinnen und Autoren den idealen Leser oder die idealen Leserin. Es ist derjenige, für den man schreibt. Also oft zusammengesetzt aus mehreren Menschen. Manchmal ist es eine konkrete Person. Ich bin das paar Mal in Interviews gefragt worden. Frau Rabe, haben Sie einen idealen Leser? Also haben Sie jemanden vom inneren Auge? Und ich musste immer sagen, nein, habe ich nicht. Aber jetzt habe ich ja nicht vergessen. Nina ist 7, 8 in diesem Moment und ist gerade erst mit ihren Eltern in den Dorf gezogen und ist sozusagen die Neue und lernt Tim und einen anderen gemeinsamen Freund namens David kennen. Wir wollen nachher noch zur alten Eisenbahnbrücke, sagte Tim, der kleinere, schließlich ganz beiläufig. Was dem anderen, David, ein theatralisches Stöhnen entlockte. Es ist verboten, dahin zu gehen. Das Holz unter ihr gab nach. Und Nina hatte keinen Boden mehr unter den Füßen. Verzweifelt versuchte sie, sich an der Bohle festzuklammern. Tränen in den Augen vor Angst und Anstrengung. Dann war Tim bei ihr. Die letzten Meter bis zum Ende der Brücke hatten sie auf allen Vieren zurückgelegt. Halb aus Angst, noch einmal einzubrechen, halb aus Erschöpfung. Den Heimweg legt sie schweigend zurück. So, wie nur Freunde es können. Um das noch eben zu Ende zu erzählen, ich habe auch noch Böenangst. Den Jan-Lise. Zum Beispiel, das war auch eine meiner absoluten Horrorszenen, dieser Moment, wo die da einschließt. Und ich dachte, ach du Schreck, bitte, bitte. Wir müssen noch über drei Dinge reden. Gibt es schon Informationen aus Hollywood, was die vor Filmen in der Falle haben? Nicht wirklich. Kein Mensch weiß, wie lange das dauert. Welches Buch dann das erste zum Kino ist oder auf Netflix oder auf Amazon Prime oder wo auch immer. Keine Ahnung. Also ich kann gar nichts dazu sagen. Wir warten weiter, bedaulich. Gibt es schon Pläne für ein neues Buch und darfst du schon was erzählen? Ja, tatsächlich. Also ich stecke schon wieder knietief drin und ich habe mir tatsächlich überlegt, da ich viel zu wenig zu tun habe, schiebe ich einfach ein Sachbuch zwischen den zwei nächsten Triller. Ich schreibe gerade ein Sachbuch. Das hat tatsächlich mit Lauras in meinem Podcast zu tun. Denn wir sprechen ja einmal pro Woche über Kreativität, über alles, was damit zu tun hat. Ist auch gar nicht nur für Leute, die wirklich auch selber in einem kreativen Job arbeiten, sondern eigentlich für jeden. Weil es geht um Ideenfindung, um Selbstbewusstsein, um Inspiration, um Disziplin, um Prokrastination, mein persönliches Lieblingsthema. All das. Und das ist mein nächstes Projekt und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Und gibt es noch einen Erscheinungsregen? Gibt es noch nicht, aber ich muss es schon im April abgeben und ich muss mich echt dran halten. Weil ich habe die letzten Tage viel rumgetrödelt mit Weihnachtskarten schreiben und Plätzchen essen. Die Plätzchen sind wieder die perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage. Ich habe selten mit Leuten auf der Bühne gesessen, die die Interviewfragen so vorhergesehen haben. Ich habe wirklich nicht geguckt. Nein, 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 nein. Wir machen jetzt eine Home-Story. Lass uns über Weihnachten reden. Ja, ich liebe Weihnachten. Wie feiern wir dann die rare Weihnachten? Oh, also erstmal bin ich so ein richtiger Weihnachts-Nerd. Ich bin ein richtig kitschiger Weihnachts-Nerd. Ich liebe das tolle Programm. Ich liebe Weihnachtsbaum. Meinen habe ich heute schon geschmückt. Ich liebe die ganzen Traditionen, die da dran hängen. Ich liebe Rituale. Ich liebe das Essen natürlich. Meine Mutter ist die beste Köchin und Bäckerin des Planeten. Und arbeitet jedes Jahr daran, mich zu melden. Also alles. Ich feiere das komplette Programm ab. Ich liebe das. Total. Stoffen. Was ist dein Lied ins Weihnachtslied? Aktuell ist es Santa Claus is Coming to Town in der Version von Harry Connick Jr. Und das ich hinzufüge in der und der Version zeigt, was für ein Weihnachts-Nerd ich bin. Meine Damen und Herren, damit sind wir fast am Ende. Dann kommt in der letzten Passage mit einem derartigen Cliffhanger auf, dass ich sie mit der Spannung, mit dieser Spannung dergleiche erleben, in den vierten Advents-Sonntagabend entlassen möchte. Das war übrigens das Mal, wo ich am allermeisten Angst hinsen. Sie werden gleich verstehen. So, und jetzt das große Finale. Tims Schwester Gloria ist verspunden, Tim fehlt das letzte Puzzlestück. Und Nina befindet sich nun auf dem Weg ins Dorf, um herauszufinden, was das sein könnte, von dem Tim da gesprochen hat. Und sie nutzt eine Mitfahrgelegenheit, die Tim noch organisiert hat. Sie weiß anfangs nur, dass der Fahrer nicht warten wird und sie sehr pünktlich sein muss. Aber kaum sitzt sie im Auto, da ist ihr klar, dass der Fahrer niemand anders ist als Wolf. Der Mann, der für Glorias Verschwinden verantwortlich zu sein scheint. Und ihre Angst vor dieser Fahrt und der Heimkehr ins Dorf ist unerträglich. So wie bei mir. Genau. Wir sind schon ein bisschen fortgeschritten, aber danach passiert auch noch einiges. Kein zu großer Spoiler für die, die Sie selber lesen können. Nina rieb sich benommen den Kopf, blinzelte und war mit einem Schlag hellwach. Mitten in der Nacht stand ein Mann. Ein ungutes Gefühl breitete sich in ihr aus. Eine junge Frau und zwei fremde Männer, allein im Wald. Der kranke Gedanke, dass Wolf sich mit einem Komplizen verabredet hatte, um eine weitere junge Frau zu verschlecken, der Gedanke traf Nina wie ein Kügel Eiswasser. In diesem Moment trat man aufs Gas und fuhr los. Danke mich an dieser Stelle jetzt erstmal dafür, dass Sie alle gekommen sind. Also, ein Gruß auch an BTB, die das möglich gemacht haben, die ja anfangs skeptisch waren. Wir haben wieder bewiesen, wie kommen die Leute, wenn die lesen würden. Danke Ihnen. Ich danke mich für vier spannende Bücher. Für Angst, mich echt in Angst und Schrecken. Ich bin froh, dass das nächste ein Buch über Kreativität kommt. Melanie wird nachher nach einer kurzen Pause, ich würde sagen fünf Minuten, verschnaufst du erstmal am Büchertisch draußen oder neben dem Büchertisch. Alle Bücher signieren für Sie. Dankeschön. Also auch von mir vielen, vielen Dank und natürlich als Publikum. Ich finde es immer noch total irre, wenn so viele Leute da sind.